Moin, da zur Wende. Eigentlich sind wir schon bei der Wende. Na, zur Wende. Na, zur Wende. Das Problem ist ganz wichtig hier bei dem großen Kutter, der ist halt fast 10 Meter lang, also von daher muss man dann wirklich, bis das Segel wirklich Wind hat, dann ist der Wind komplett im ganzen Boot von der anderen Seite angekommen. Erst dann saß man Segel über. Weil sonst kann es immer, wenn es passieren, wenn man es zu zeitig macht, zu schnell macht, dann hat man den Wind von keiner Seite mehr, dann hat man festgehaft und wartet. Ja, deswegen ist auch ganz wichtig, dass das Vorsegel eigentlich relativ lange auf der anderen Seite stehen bleibt. Ihr habt das jetzt schon rumgezogen, ja, weil anhand des Vorsegels werden wir ja rumgedrückt. Vorne geht der Wind dort rein und drückt uns richtig mit dem Boot rum. Aber jetzt sind wir wirklich rum, also können wir die Segel rübernehmen. Achtung, Segel rüber war gesagt. Ja, weil wir ja auch keine da waren, was wir auf dem Boot rum tun haben. Ja, wir sind Kutter, weil wir sind Kutter, weil wir sind Kutter und Ball. Ja, da haben wir den Finger nochmal aufhörig, oder? Ja, ja, wir sind gerade, ne?